LKÖ 24 live in Berlin. Die größte Klimakonferenz Europas mit 1500 Leuten. Ich bin vor einer Viertelstunde angekommen, bin total beeindruckt, was hier abgeht. Es ist eine Riesenstimmung. Überall in jeder Ecke wird gesessen, gemacht, getan, geredet, diskutiert, werden irgendwelche Flipcharts gespielt, also hier wird gearbeitet. Die LKÖ allgemein ist eine Klimakonferenz für junge Menschen von jungen Menschen. Wir versuchen hier junge Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus, ich glaube aus acht oder neun weiteren Ländern dieses Jahr, zusammenzubringen. Ein Austausch schaffen zwischen allen Stakeholdern, die wir bei der Transformation zur Klimaneutralität brauchen. Wir wollen außerdem Wissen vermitteln, wie man die Transformation gestalten kann, um selbst einen Beitrag zu leisten. Wir haben hier auch Menschen, die ganz konträre Meinungen haben auf dieser Konferenz und die sollen sich austauschen und eine gemeinsame Lösung finden, weil Klimaschutz geht nur gemeinsam. Ich glaube die größte Herausforderung, vor der wir gerade stehen, ist, dass wir verhindern müssen, dass wie in den USA Klimaschutz zu einem Kulturkampfthema wird. Wir müssen Klimaschutz mit den Menschen schaffen, wir müssen Mehrheiten organisieren für Klimapolitik. Das größte Problem im Klimaschutz ist die Heuchelei. Alle wissen genau, was wir falsch machen. Ich glaube die größte Herausforderung ist die Gleichzeitigkeit von den ganzen Herausforderungen, die über Jahrzehnte nicht angegangen worden sind, weil wir jetzt schon in einer Situation sind, wo es echt eng wird und wir haben dafür noch nicht die Wirtschaftsmodelle entwickelt. Genau diesen Dialog herzustellen und aufzubrechen, dass nicht nur die Jungen und die Alten in irgendwelchen Führungspositionen jeweils sich unterhalten, sondern schauen, was können wir voneinander lernen und auch miteinander gestalten. Ganz oft bewegen wir uns alle in unseren Blasen und ich finde es so wichtig, dass wir die aufmachen. Die Elkoi ist der perfekte Ort, um all diese Dinge zusammenzubringen, sich gemeinsam fortzubilden und auch gemeinsam Ziele zu verfolgen. Dieses Ganze alles ist schlimm, das Ende ist nahe Gerede und sowas, das hilft einem überhaupt nicht weiter. Aber das ist auch nicht so. Auf so einer Konferenz merkt man, wir sind viele und wir kriegen das gedreht. Und diese Zuversicht, die finde ich, sollte hier jeder mitnehmen. Wir alleine werden die Welt nicht retten, aber wir können Exempel statuieren, wir können eine Vorbildfunktion einnehmen, der Verantwortung müssen wir gerecht werden. Aber die gute Nachricht ist, alles was wir dafür brauchen, haben wir auf dem Tisch liegen. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, okay, wie können wir das eigentlich schaffen, lasst euch nicht ermutigen. Es gibt super viele Leute, die denken genauso wie ihr, wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann gehen da tolle Sachen hervor. Lebt vor, was ihr an Veränderungen fordert. Bleibt standhaft für eure Meinung, für eure Ideen. Gebt nicht auf, habt einen langen Atem, seid tapfer, seid stolz, seid mutig und ich bewundere euch für eure Arbeit über alle Maßen. Klimaschutz gelingt nur dann, wenn wir alle beteiligen und auch alle jungen Menschen mit dabei sind und mitreden und mitmachen. Klimaschutz gelingt nur dann, wenn wir alle outras berlinien. Klimaschutz gelingt nur dann, wenn wir alle anderen, das sind jetzt noch werde, wenn wir alle beiden, 不